Türchen Nummer 13, oh mein Gott! Ich hab die heftigste Methode gefunden, mit der ihr solchen crazy Porträts zeichnen könnt. Auch wenn ihr noch nie gezeichnet habt. Also hol dir vier Stifte und bände die genauso zusammen. Leg die Vorlage hin und mach genau das hier. Wie krass, das hat einfach funktioniert. Schicke das jemandem, der auch zeichnet.